Die Speisemeisterei gibt es jetzt seit 2008 hier unter der Führung von Frank Oehler und mir. Ich bin der Markus Eberhardinger und bin Küchenchef und Geschäftsführer hier in der Speisemeisterei. Wir haben Platz für bis zu 60 Gäste im à la carte Betrieb und haben mittags und abends fünf Tage die Woche geöffnet. Unser Klassiker bei uns im Restaurant ist die Dorade in der Salzkruste. Wir haben aber auch ein vegetarisches Menü, das wir immer auf der Karte haben. Ein weiteres Steppenpferd von uns ist das Menü Stuttgart und Land, wo wir nur regional kochen, haben aber auch unsere Menü Speisemeisterei, wo wir um die Welt gehen. Studenten sind jetzt nicht unser Stammpublikum hier, aber es kommt schon der ein oder andere, der hier seinen Abschluss feiert und wir bieten einmal im Monat für 24 Euro ein Dreigang Menü für Studenten an und einfach die mal ein bisschen auf den Geschmack unserer Küche zu bringen. Gut kochen und gerne kochen, das hat einfach was mit Essen zu tun, mit Genuss und ist für mich wahnsinnig wichtig. Liebe geht durch den Magen. Ich glaube, frisch Verliebte trifft es nicht ganz so zu, weil da ist der Appetit ja meistens nicht so groß, aber generell kann gutes Essen schon eine Beziehung am Klühen halten.